Wie viele PUBG-Stunden hast du angesammelt? Ja, ich weiß, so zwischen 1200 und 1600, glaube ich. Du bist wirklich durchgeknallt, ey. Hallo Leute, ihr seht, ich bin frisch frisiert und jetzt zeigt euch Roman, der Bauer Hartung, in PUBG, wie man rasiert. Los geht's! Also ich muss ja sagen, ich zocke ja, seit der Pandemie zocke ich wirklich wieder viel. Aber ich zocke immer noch nur PUBG. Das ist einfach so ein Spiel, das hat es mir einfach angetan und habe halt so meine 1, 2, 3, 4 Kumpels, mit denen ich das immer wieder zocke. Was an PUBG leider schlimm geworden ist, es gibt ja bei PUBG hier 5 verschiedene Maps. Ich zocke aber nur eine davon. Auf die anderen habe ich keinen Bock. Und das Problem ist, die haben diese Map-Auswahl rausgenommen. Ich weiß nicht warum, weil sie dich versuchen dahin zu pushen, dass du eine andere Map spielst. Und dann musst du halt immer das Match starten, schauen, ob du bist in der richtigen Map und dann muss ich ja wieder raus und wieder rein. Das muss ich dann so lange machen, bis ich in der richtigen Map drin bin. Also es kann sein, dass wir das jetzt mal kurz... Ihr seht ja hier beim Capturing rechts oben werden ein paar Daten angezeigt, dass ihr eine Info habt. Das sehen wir dann, wenn wir in der richtigen Map sind, können wir dann gleich loslegen. Also ich würde sagen, wir machen hier kurz mal einen Cut und sind gleich wieder da in der richtigen Map. Dann werden die Leute sagen, wer spielt dieses Spiel noch? Das ist halt nicht mehr in diesem Streaming-Hype-Ding, aber es gibt halt viele Leute, die zu Hause immer noch das Spiel zocken. Ich meine, ich zocke das ja wirklich seit absolut Early Access, also seit fast vier Jahren. Ist das eigentlich eine Plastik-Backplate? Nee. Ja, so, wir sind jetzt endlich in der richtigen Map. Karakin heißt die Map, das ist die, die ich am liebsten zocke. Ist einfach ein bisschen kleiner als die anderen, also die, die früher vielleicht mal PUBG gezockt haben, weil das ist jetzt auch schon fast vier Jahre alt. Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal die Einstellung zeigen, geht das? Ja, so grob und kurz nochmal. Also du hast ja nicht voll aufgedreht, die Qualität. Genau, also es ist halt 4K mit AA maximal und Post-Processing maximal, aber ansonsten halt zum Beispiel die View-Distance ist auch ganz niedrig. Und das ist halt, ich sage mal, die View-Distance ist die wichtigste Einstellung, weil dann sieht man zwar die Spieler auf die große Entfernung noch rumlaufen, aber Bäume und sowas werden dann halt nicht mehr gerendert. Ist natürlich ein bisschen dämlich, aber das Problem ist, wenn einer anfängt, das zu machen, dann musst du es ja auch machen. Weil ansonsten bist du ja im Nachteil, weil dann denkst du, oh, wie cool, hier ist ein Busch, da verstecke ich mich, setze ich mich da mal rein und dann knallt ich einer ab und du denkst dir so, wie hat er mich gesehen? Also Roman ist der Pro und du hast tatsächlich seit Pandemiebeginn, wie viele PUBG-Stunden hast du angesammelt? Ja, ich weiß, so zwischen 1200 und 1600, glaube ich. Also du spielst nur PUBG, ist das nächste Ding. Ich sage nur PUBG, sonst zeug ich gar nichts. Du bist wirklich durchgeknallt. PUBG ist echt ein nicest Game. Das ist halt so genau der Typ spielt, den ich halt gern mag, so Taktik-Shooter. COD, das neue habe ich auch mal angezockt, aber es ist halt einfach vom Typ her jetzt nicht so meins. Es ist halt ein bisschen schneller, womit ich jetzt erstmal kein Problem habe, aber vom Gameplay generell her ist es halt einfach nicht meins. Aber ich muss auf jeden Fall mal ein bisschen heller machen. Ich erwarte jetzt natürlich, dass du am Ende ganz alleine auf dem Feld stehst, ne? Ja, das erwarte ich auch. Also es ist wirklich so, dass PUBG immer noch eine krasse Fanbase hat, aber natürlich halt so, jetzt haben wir im Streaming-Bereich jetzt nicht mehr so krass gehypt wird. Es gibt noch den einen oder anderen Streamer oder YouTuber, der das zockt, wo ich dann vielleicht auch mal vorbeischau, aber ansonsten hat sich das echt ziemlich zurückgezogen. Es ist halt oft so, dass gerade solche Games halt einfach null SLE-optimiert sind. Das ist ja eher bei Spielen, wo die Optik im Vordergrund steht, aber bei so einem richtigen FPS-Game, wo es ja eher so, keine Ahnung, E-Sport-mäßig der Fokus drauf liegt, da glaube ich nicht, dass die Entwickler sich großartig darum kümmern, dass da SLE-Support da ist. Ja, wir haben ja mit der HMX3 haben wir mal SLE ausprobiert. Das Video verlinken wir jetzt gerade mal oben in der Infocard und unser Fazit ist, SLE ist tot. Siehst du das auch so, Roman? Leider schon ziemlich. Also ich muss sagen, ich traue dem schon ein bisschen nach, weil ich SLE eigentlich einen ganz coolen Weg fand, so wenn man eh schon das Maximum hat, dann konnte man früher zumindest immer so gesagt, alles klar, aus absoluter Unvernunft ballere ich jetzt noch ein bisschen Geld raus. Ja, wir hatten ja in den einigen Höllenmaschinen, hatten wir drei Karten drin. Dann waren es bloß noch zwei und es sieht so aus, wie wenn jetzt die HMX3 die letzte Höllenmaschine mit mehr als einer Karte ist. Ja. Ich meine, der Gewinner hat zumindest den Vorteil, er kann eine ausbauen und die dann für was? 7.500 Euro. 7.500 Euro auf Ebay verticken. Das ist doch Wahnsinn, oder was da gerade abgeht. Ja, wobei das schon zum Großteil halt auch wirklich ein Angebotsnachfrage-Thema ist, weil man sieht ja auch, dass ein Großteil der Preise eben auch, ich sage mal, im Aftermarket so sind. Also wenn ich bei Ebay nicht bereit bin, 2.000 Euro dafür zu bezahlen, dann wäre es die Karte ja auch nicht wert. Aber die Preise, die pendeln sich ja da ein, wo die Leute sagen, alles klar, so viel bin ich noch bereit zu zahlen. Und du hattest ja glaube ich auch gesagt, dass die Nachfrage einfach viel größer war jetzt auf die 30er Generation. Ich hatte mal aus Interesse bei Case King mal nachgeschaut, wie so die Verkaufszahlen waren. Läuft sich jemand? Ne, sehr gut. Zwischen 30, 80, 20, 80, 10, 80 und da war es zumindest mal bei den Case King Verkaufszahlen so, dass die 30, 80 Verkaufszahlen oder generell die 30er Generation waren mit Abstand am höchsten in den ersten drei Monaten. Das heißt, es wurden mehr 30er Karten verkauft in den ersten drei Monaten als jetzt 20er Karten oder 10er Karten. Und das zeigt natürlich, dass jetzt nicht nur der Supply, wo wir alle wissen, der es schlecht schuld ist, sondern eben auch die Nachfrage, die halt wirklich, wirklich hoch ist. Also ihr seht, Lorenz, Roman ist multitaskingfähig, der textet mich hier zu und kann gleichzeitig sich voll aufs Spiel konzentrieren. Finde ich faszinierend, das könnte ich nicht. Aber sag mal, hast du schon einen Abschluss? Nee, nee. Ich glaube nicht, oder? Nee, ich bin immer noch nicht. Du wirst dich jetzt erstmal richtig aufrüsten. Das ist okay, ja, ich bin erstmal noch ordentlich am Rumluten, ja. Das ist ja die besten Sachen, aber ich habe eigentlich schon ganz gute Sachen. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist quasi ein Dreifach-Scope. Jetzt möchte ich mal den Abschluss sehen. Auf geht's, Roman. Es gibt ja auch so ein paar geheime Ecken, wo du quasi was aufsprengen kannst und dann gibt es da noch geheime, super tolle Sachen manchmal dahinter, in dem Fall jetzt nicht. Was hast du denn so als nächstes vor? Projekt Unvernunft? Also da erwarte ich jetzt gleich mal so langsam Nachfolger. Ja, ich auch tatsächlich. Also jetzt mal rein performancetechnisch müsste ich jetzt keinen Nachfolger bringen. Ja, ich meine ein ähnlich aufwendiges Projekt. Ja, also ich arbeite auf jeden Fall dran. Ich habe gedanklich mir schon einiges überlegt, was wir machen können bei Projekt Unvernunft 2.0 oder wie auch immer ich es dann nennen werde. Muss ich mal schauen, aber ich warte jetzt erstmal auf die neuen AMD Ryzen Threadripper-CPUs. Also da ist so ein bisschen mein Fokus gerade drauf. Ich denke mal, dass ich eine von den neuen Threadripper-CPUs dann nehmen werde. Weil allgemein gerade für mich ist halt Ryzen 5000 so die Go-To-CPU. Ja, das ist letztendlich halt eine Consumer-CPU für so einen Gaming-PC. Ja, und der Ryzen Threadripper 5000, der ist jetzt ja noch nicht draußen. Aber ich vermute mal, wenn der da ist, dann wird er schon so mit Abstand die beste CPU sein, was so Multicore betrifft. Und für mich ist halt immer noch klar, dadurch, dass ich hauptsächlich Videoschnitt daran mache und meine Videos rausrendere, ist das für mich halt relevant. Und ich zocke mit dem PC noch. Und es muss halt beides funktionieren. Und deswegen denke ich mal... Tust du denn deine Videos überhaupt selber rausrendern? Das macht eigentlich die Mario, oder? Nee, die schneidet alles. Die schneidet alles. Macht quasi die grobe Arbeit, sage ich mal. Also sie schneidet alles zusammen, checkt, dass halt die richtigen Einblendungen drin sind, weißt du, so Werbeeinblendungen, die ganz wichtig sind. Das muss ja alles richtig gekennzeichnet sein. Das macht alles sie. Ich packe dann den Werbeclip rein, weil meine Videos finanzieren sich ja immer durch die quasi Pre-Roll-Werbung, die wir einbinden. Und das mache ich dann, weil es dann immer davon abhängig ist, wer hat jetzt gerade hier wo was gebucht. Ja, aber läuft bei dir, oder? Ich sehe jetzt kaum wieder ohne Pre-Roll. Nee, also ich muss sagen, ich war schon, also gerade letztes Jahr hauptsächlich war es schon so, dass ich mir, da musste ich mir Gedanken machen, welches Video drehe ich jetzt, damit ich jetzt hier meine Werbung unterbekomme. Ich habe jetzt für dieses Jahr weniger so Werbedeals angenommen, weil es einfach zu viel war und ich eher so, sag mal, Fokus auf Qualitätscontent legen möchte, als da... Hey, der erste Abschuss, oder? So, schön, dass man Headshot, genau. Wie gesagt, ich will da eher ein bisschen mehr auf Qualität legen, als dann quantitätsmäßig der Ultra was rauszuballern. Und deswegen gibt es jetzt ein bisschen weniger Videos und auch ein bisschen weniger Pre-Roll-Werbung dann dementsprechend. Jetzt ist ja bald der Intel-Launch, ne? Ja. Von der S-Klasse, sag ich jetzt mal. Hast du da schon einen Termin, hast du schon Samples bekommen? Ja, ähm... Ich meine, kaufen kann man ja so schon, ne? Kaufen kann man schon. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, Mindfactory hat irgendwie schon ein paar hundert Stück verkauft. Ja, den 11... Bevor das Ding überhaupt vorgestellt worden ist, ja. 11.700K konnte man ja mal kaufen, oder kann man immer noch. Verrückte Sache, habe ich auch noch nie erlebt. Dass irgendwie drei Wochen vor Launch die CPU schon im Handel war und noch gar nicht so richtig angekündigt ist. Hast du von Intel schon Samples bekommen? Ich habe Samples, aber nicht direkt von Intel. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich gerade was Falsches gefragt. Ne, das ist vollkommen okay. Aber von dir wird es ein Stickstoff-Video geben? Es wird ein Launch-Video geben, aber ich weiß jetzt noch nicht, was genau der Content sein wird. Das muss ich mal schauen. Ich versuche ja immer so ein bisschen, ich sage mal, wirklich interessanten Content zu machen, den die anderen dann nicht machen. Damit möchte ich nicht sagen, dass der Content von anderen uninteressant ist. Aber ich möchte halt nicht das 0815-Review machen, was dann schon 20 andere auch machen. Das ist für mich halt einfach... Ja, die Arbeit überlässt du uns, oder? Genau, genau. Fürs 0815-Video. Ja, wie gesagt, ich möchte es nicht abwerten oder sowas. Nee, ist schon klar. Nee, ist schon klar. Aber ich möchte halt auch Content machen, der mich persönlich dann interessiert, der mir Spaß macht. Das ist deine Nische, ich weiß. Ja, einfach nur Gameplay testen, schauen, wie es denn die FPS ist. Irgendwie nicht so meins. Das war es auch noch nie. Ich glaube, alle, die meinen Kanal kennen, wissen das auch, dass bei mir eigentlich immer der Content so ein bisschen komisch verrückt war. Und ich glaube, das werde ich auch weiter so machen. Also vielleicht CPU-Köpfen. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, was ihr gerne sehen wollt. Also ich kann natürlich... Flüssig-Schickstoff-OC könnte ich machen. Ich könnte die CPU-Köpfen. Wir können Direct-Die direkt zum Start machen. Habe ich gar kein Problem damit. Also falls ihr da... Lasst mir da gerne mal ein Feedback da. Ich weiß auch nicht, wenn dieses Video online geht, aber vielleicht, wenn das vorher sein wird, wahrscheinlich schon. Was man so hört, hat Intel ja nochmal ein paar 100 MHz draufgelegt. Also über 5 GHz Single-Core-Takt und das aus der... Wie alt ist die Architektur? Im Prinzip... Also die Architektur ist jetzt ja neu. Ja, aber es ist immer noch 14 Nanometer. Es ist immer noch 14 Nanometer, aber es ist nicht mehr Skylake. Vorher war es ja immer alles Skylake. Das heißt, alles, was wir getestet haben, war am Ende... Jetzt ist der Typ immer noch da. War am Ende ein etwas besserer 6700K. Das ist aber nicht mehr der Fall. Also das ist jetzt eine komplett neue Architektur. Das heißt, wir haben keinen verbesserten 6700K mehr, sondern was komplett Neues. Also höhere Recheneffizienz pro Takt wurde angekündigt. Was rechnest du? Wird Intel am Ende wieder überholen? Es wird halt den einen oder anderen... Ja, also von dem, was man gehört hat, ist es ja so, dass es einige Games gibt, wo dann... Wow, hat er rasiert, oder? Wie viele Kills? Einen. Einen? Ich muss aber sagen, es ist echt schwer zu zocken, gleichzeitig zu reden. Das mache ich sonst ja nie. Habe ich ja schon gesagt. Ey, immerhin 6. Ja, also es könnte schlimmer sein können. Lass uns noch kurz das Intel-Thema abschließen. Gerne. Also es wird einige Games sicherlich geben, wo Intel AMD überholen wird. Dann muss man sich aber auch halt immer noch fragen, was hätte ich gerne, weil wir wissen ja jetzt schon, was das für CPUs sind. Wir wissen ja, das sind 8 Kerner und AMD bietet halt mit einem 595X halt auch 16 Kerne oder mit 5900X 12 Kerne. Und ich werde mir vorstellen, oder ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, ey, ich zocke zwar mit dem PC, aber vielleicht zukunftstechnisch möchte ich doch mehr Kerne haben. Da geht ja der Trend schon hin und dann verstehe ich voll, wenn jemand sagt, ne, dann nehme ich lieber mehr Kerne. Ja, zumal ja auch die Plattform, die wird es ja nicht lange geben, ne. Bei der nächsten CPU-Generation haben wir wieder einen neuen CPU-Sortel. Genau. Und da kannst du dann den potenziellen 16 Kerner, den Intel dann vielleicht hat, gar nicht reinstecken in die Plattform. Genau, das nächste ist ja dann Alder Lake, was kommen wird. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das für ein Sockel ist, aber das heißt, es gibt auf jeden Fall dann mehr Pins auf jeden Fall. Genau, was dann wahrscheinlich bedeutet, wir haben mehr PC-Express-Lanes und sowas. Also es wird schon gute Neuerungen dann geben mit der nächsten Plattform. Aber es ist halt auch immer so, muss man unbedingt eine Plattform kaufen mit dem Gedanken, ey, das muss jetzt upgradefähig sein für die nächsten 10 Jahre, sehe ich jetzt nicht unbedingt als großes Argument. Ja, 10 Jahre ist auch ein bisschen übertrieben, aber wenn du jetzt von AM4 denkst, der war jetzt drei, vier Jahre lang, konntest du dann auch noch ein bisschen. Ja, wobei man ja auch gesehen hat, zu welchen Problemen sowas führt, dass es gar nicht so einfach ist, um jetzt so eine Plattform über so viele Generationen hinweg zu pflegen, dann gibt es hier Einschnitte mit dem Chipsatz und mit dem BIOS und hier funktioniert das nativ nicht und da nativ nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ja jedes AM4-Board nehmen kann und da passt jede CPU, also physisch passt sie, aber du kannst ja nicht jede verwenden. Da sieht man ja, dass es nicht ganz so einfach ist mit so kleinen BIOS-Chips und was es alles gab. Also ich kann schon verstehen, dass Intel sich das da unfassbar einfach gemacht hat und was ich auch erwarte ist, dass AMD sich das in Zukunft auch einfach macht, weil zum Start von AM4 war AMD nicht da, wo sie jetzt sind. Und jetzt sind sie natürlich so, klar, ich kann alles machen, was ich will. Ich bin ja quasi der große Player. Zu Recht, sie haben ja unfassbar gute CPUs und dann werden die sich das wahrscheinlich auch so Intel-Style-mäßig einfach machen und sagen, ich mache jetzt hier einen Sockel, AM5 wahrscheinlich oder was das dann noch ist. Und den nehme ich dann für eine Generation, vielleicht zwei, aber wahrscheinlich nicht mehr für so viele, wie wir es jetzt gesehen haben, weil neuer Sockel bedeutet neues Board. Die Mainboard-Hersteller sind halt da ein ganz großer Freund von, weil jedes Jahr neue Boards verkaufen aus finanzieller Sicht ist halt für einen Board-Hersteller wesentlich interessanter als, ich mache jetzt ein Board und muss dafür fünf Jahre Support bieten. Dann verkaufst du es einmal und hast natürlich dann unfassbaren Aufwand. Ich will damit auch nicht sagen, dass ich das gut finde, aber so ist eben die Praxis in der Industrie. Letztendlich wird jeder sein Geld verdienen. Genau. Ja, cool. Danke fürs Zuschauen, würde ich sagen. Danke, dass du da warst, Roman. Gerne, hat mir Spaß gemacht. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert habt ihr ja sowieso schon. Wir sehen uns im nächsten Höllenmaschinen-Video. Tschüss. Ciao.